Ja, hallo ihr Lieben, hier ist das National-Partner-Programm, das ist mein Videoblog, rund um, hauptsächlich die Themen der dir beziehungsweise liebe. Mein hervorragendes Kursprogramm findest du auf www.liebsche.de und dort kannst du auch über das Kontaktformular Fragen stellen. Es ist übrigens auch wieder ein neuer Dopamin-Podcast, online eine neue Folge über Freunde, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das findet ihr alles, Dopamin mit zwei A und findet ihr alles auf Spotify und so weiter, Apple Podcast. Ja, heute geht es um, wie viel muss denn der Mann zahlen, so beim Dating und in der Beziehung. Ähm, ähm, gibt es ja unterschiedliche Meinungen drüber, vor allen Dingen jetzt heute in, äh, äh, in unseren Zeiten, wie du ja auch viel gesagt hast, alles teilen und manche sehen das aber anders und ich bin ja auch ein großer Freund von Polarität. Gucken wir uns das mal an. Äh, Beziehung wegen Geld beenden. Hallo Christian, danke der Narkose bin ich mittlerweile in einer bindungssicheren Beziehung. Es stimmt alles. Mindset, äh, Ziele, Batchboard und keine extremen Up-und-Downs. Leider haben wir unterschiedliche Vorstellungen von Geld. Erst, äh, sehr, sehr sparsam, trotzdem noch Geld. Ähm, also gut, das muss natürlich jeder, also wenn das jetzt euer einziges Problem in einer Beziehung ist, da muss man echt aufpassen, wenn du wirklich in einer sicheren Beziehung bist, dass du jetzt nicht anfängst, äh, Schwächenzoom und, oh Gott, Gott, ja, was, dann, weil irgendwas, es wird nicht hundert Prozent passen, ne, das kann man nicht, hundert Prozent ist nur, äh, Love-Bombing-Phase, toxische Beziehung, da hat man den Eindruck, dass alles passt und es passt gar nichts, aber in gesünderen Beziehungen gibt es natürlich immer irgendwas, was nicht, ähm, aber was ich natürlich sagen muss, ich persönlich finde auch, wenn jemand so eng mit Geld ist, vor allem wenn er genug hat, ist das irgendwie uncool, also das ist irgendwie, also ich, man muss ja jeder, wie gesagt, jeder selber wissen und ich glaube auch nicht, dass es ein gutes, wie gesagt, wenn man jetzt wenig Geld hat, ist was anderes, aber wenn man genug hat, ist, glaube ich, kein gutes Mindset, weil, ähm, wie sagt man immer so, man muss das, äh, Geld zur Tür rausschmeißen, damit es zum Fenster wieder reinkommt, also jetzt, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, oder Geld muss fließen, sag ich auch immer, ähm, also, ist auch egal, wie, ob man, wie man es jetzt spirituell sieht, aber es ist einfach, äh, es ist einfach ein anstrengendes Mindset und es ist irgendwie uncool in der Beziehung, ne, das verstehe ich auf jeden Fall, aber ob man jetzt deswegen eine Beziehung beenden sollte, also, weiß nicht, äh, besser als jemand, der, ähm, sozusagen alles ausgibt und ständig kein Geld hat, so, ne, äh, ich spare auch, jedoch gebe ich auch Geld aus, ich finde, der Mann sollte Dinge zahlen, ah, jetzt kommen wir zum Eigentlichen, beziehungsweise zum Großteil ein Gentleman sein, zum Beispiel im Restaurant, ich wurde immer verwöhnt von Männern und diesmal nicht. Ja, gut, da kann man jetzt ganz viel zu sagen, also, erst mal, ja, ich finde, der Mann sollte auf dem ersten Date bezahlen, aber ich finde nicht unbedingt, ähm, würde ich jetzt heutzutage nicht mehr wollen, dass, dass ich auf jedem Date bezahlen muss, also, bestimmt nicht, auch in der Beziehung auch nicht, ich würde sagen, in der Beziehung ist eigentlich immer eine gute Regel, ähm, ja, also, warum soll der Mann da immer bezahlen, wieso, äh, ist immer eine gute Regel, also, wer hat wie viel zur Verfügung, wenn der Mann jetzt doppelt so viel, wie du zur Verfügung hast, dann würde ich sagen, er zahlt zwei Date, du zahlst ein Date, so, ne, irgendwie, also, so, so zwanghaftes 50-50, finde ich persönlich auch nicht so stimmig, aber gut, das ist so ein Thema, das muss halt jede Beziehung für sich, ähm, regeln und klären, aber ich denke, so eine faire Sache ist, äh, also, ich persönlich finde, so, nach Maßgabe der Möglichkeiten, finde ich persönlich fairer als so 50-50, vor allem, immer lange zusammen ist, ähm, aber gut, ähm, ja, dann mit dem verwöhnt, also, also, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich als Mann, ich weiß jetzt nicht, was diese Sätze genau sagt, ich kenne dich jetzt nicht, aber ich, äh, wenn jetzt eine Frau sagt, ich möchte verwöhnt werden, ja, andererseits denke ich auch, das ist sicherlich, auch in der männlichen Politik, die Frau zu verwöhnen, ist überhaupt keine Frage, ne, aber ich hätte dann schon mal Angst, dass da so ein, wie soll ich mal sagen, so ein Prinzessin-Vibe ist, so, ich möchte immer verwöhnt werden und da, das sagen ja viele heutzutage und ich würde das auch sagen, da muss man auch fragen, was bringst du an den Tisch, ne, so, der Mann soll Geld an den Tisch bringen, was bringst du an den Tisch, ne, wo verwöhnst du deinen Mann, so, ne, weil, äh, gibt's auch so lustige Kurzfilme hier in dem Internet, äh, wo die Frau immer sagt, ja, äh, zahl hier, zahl da und dann sagt der Mann, ja, äh, kannst du mir mal ein Brot schmieren und dann, nein, das mach ich nicht und, äh, muss jetzt nicht Brotschmieren sein, aber, ähm, wo verwöhnst du deinen Mann, weil, also, das ist nicht, also, der Sinn von Polarität ist schon, dass es unterschiedliche Schwerpunkte gibt in der Beziehung, aber Polarität ist nicht, dass einer mehr macht als der andere und ich habe manchmal schon das Gefühl, ähm, weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber dass, äh, viele Frauen gar nicht, also, gerade weil sie auch vielleicht auch so verwöhnt sind von Dating-Apps, dass sie da immer super viele Männer haben können, ähm, dass sie gar nicht mehr überlegen, was bring ich an den Tisch, ne, was bring ich an den Tisch, was, äh, was möchte ich gerne einbringen in der Beziehung, sondern überlegen, was muss, soll der Mann denn alles machen und ich persönlich finde es nicht so, wenn du ein Gentleman bist, heißt das nicht, dass du immer blechen musst, irgendwie so, ne, also, da musst du mal überlegen, was bringst du und ist das, ist das ausgeglichen und dann kann man, äh, ja, kann man drüber reden irgendwie, also, beziehungsweise musst du mit deinem Mann drüber reden, aber, ähm, ich verstehe natürlich schon den Widerspruch, wenn er jetzt super sparsam ist und du möchtest aber eingeladen werden, dass das dann irgendwo, ähm, ein Punkt ist, aber das sollte doch eigentlich im Gespräch lösbar sein, ähm, äh, es verspricht einfach nicht meinen Werten, dass wir Hälfte der Hälfte machen, ja gut, ich kann, also, du musst die Werte haben, die du hast, ne, ich meine, das kann ich dir jetzt, wenn das dein Wert ist, ist es dein Wert, wobei ich, wie gesagt, wenn wir mal ein, ihr, äh, verdient gleich viel, dann weiß ich nicht, warum der Mann immer zahlen muss, also, weiß ich nicht, ähm, finde ich, ähm, würde ich als Mann, wäre für mich das ziemliche Abfuck auf die Dauer, sag ich ganz ehrlich, ähm, weil, so, ich finde schon, dass, also, dann muss man als Mann, dann hat man auch manchmal das Gefühl, man ist so, boah, ich bin jetzt nur der Zahlmann hier irgendwie, man will ja auch nicht das Gefühl haben, dass man für die Beziehung zahlt, irgendwie so, ne, ähm, also, aber, ich meine, du machst die Werte, die du hast, wenn du es dein Wert ist, ist es dein Wert, aber, wie gesagt, wenn ihr gleich viel verdient, ja, rennst du da wahrscheinlich bei Männern nicht offene Türen mit einem unbedingt, so, und weil, also, das ist ja auch, also, lese ich viel und dieser Vibe unter Männern ist ja auch viel, äh, also, viele Männer haben ja sowieso das Gefühl, dass gerade so eine, ich meine, muss man sich nur mal Netflix-Fernsehen nur angucken, das, wir waren ja auch gerade wieder, ich war gerade in so einem Theaterstück wieder in so einem bekannten, äh, Harry Potter und das, das Gefühl, dass Männer werden immer als die Blöden gerade dargestellt, die Blöden, die Dummen, die Loser, Frauen sind immer, also in vielen Produktionen sind die Frauen immer die Starken, ja, vielleicht muss das jetzt mal sein, vielleicht muss ich das mal umdrehen oder so, meinetwegen, aber viele Männer haben halt auch das Gefühl, die haben eigentlich das Gefühl, dass die so Superior sind hier in unserer Gesellschaft, sondern haben eher das Gefühl, dass sie eigentlich ganz schön oft draufzahlen und, ja, also, in der Beziehung, hinter und nach der Beziehung immer zahlen, 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 zahlen irgendwie und Kinder werden entzogen und, ähm, ja, verlieren Sorgerechtsstreite vor Gericht und, äh, sind öfter krank, sterben früher, sind öfter im Gefängnis, machen öfter Suizid und was weiß ich, was alles und dann spiele mir natürlich auch das Gefühl, okay, ich schweife jetzt ab, ich weiß, aber, ja, wenn, wenn sie eigentlich noch gesehen, so, äh, dass, dass sie auch Wünsche haben in der Beziehung, so, und dass sie vielleicht auch mal verwöhnt werden möchten, so, ne, und ich habe schon das Gefühl, dass da mehr drauf geachtet wird von, und dass auch viele Männer, wenn sie nicht allzu needy sind, dann auch lieber keine Beziehung haben als eine, wo sie ständig die Frau verwöhnen müssen, so, und selber auch nicht verwöhnt werden, so, ne, und das ist, glaube ich, gut, ne, sollte man auch nicht machen, ne, ähm, ja, und also mehr, auf jeden Fall kann ich sagen, Männer sehen sich auch danach verwöhnt zu werden und da sollte es einen Ausgleich dann geben, ne, in irgendeiner, vor, ähm, aber wie gesagt, wenn die Beziehung sonst stimmt und ihr, die, die deswegen, vor allen Dingen ist ja nicht, dass es zu wenig Geld da ist, das kann ja enorm stressen, aber wenn ihr die Beziehung jetzt nur wegen unterschiedlicher, wer so oft zahlt, über die Klippe springen lässt, dann würde ich echt sagen, das ist echt Schwächensum, da muss man echt überlegen, ob man da nicht zu kritisch ist. Ja, wie seht ihr da, schreibt es gerne in die Kommentare, macht die folgenden Kurse und wir sehen uns bald wieder, schau ihr Lieben. Achso, ihr könnt gerne nochmal, ich überlege gerade zwei Kurse zu machen, einmal einen, also jetzt nicht so kurzfristig, aber, äh, so ein Anti-Drama-Kurs, oder, äh, das ist relativ, ja, oder nochmal so einen allgemeineren Kurs oder Polarität, also, vielleicht könnt ihr auch mal was, ähm, schreiben in den Kommentaren zu. Ja, liebe Grüße, ciao. auf Kurs. Auf Kursaus Kurs